Herzlich Willkommen hier aus Sochi von der Junioren-WM, vor mir die zweitplatzierte Carl Huber-Katti und die drittplatzierte Huber-Katti. Habt ihr ein kurzes Resümee zum heutigen Tag? Ja, also wir haben heute echt ein schwieriges Rennen gehabt, aber wir haben beide gekämpft und sind jetzt super heftig. Leidl, danke fürs Daumen!